Ja, ist gut, Heinz. Ich packe ein paar Klamotten zusammen. Ich glaube, das tut mir ganz gut, ja. Ja, ich muss hier mal raus. Hier ist nichts mehr. Ja, ihr Duft hängt hier noch in den Räumen. Heinz, ich habe das Gefühl, meine Tochter ist gestorben, Heinz. Ich habe gedacht, das ist mein Kind. Aber dieses Kind ist nicht meins. Das ist das Allerletzte. Das ist das Allerallerletzte. Wenn ich die sehe mit ihrer blöden Basecap. Ey, Heinz, du musst aufpassen, dass ich dir nicht an der Gurgel gehe. Steht die noch immer vor der Tür, trete ich gegen ihren Schädel. Dieses Mistvieh. Ich hasse die Frau, das schwingt bei mir in Hass um. Die soll sich hier nicht noch immer blicken lassen bei mir. Ja, ich habe richtig meinen Zorn zu spüren, diese... Das ist eine richtige Bitch ist das, die Alte. Dass es sie nicht mehr wohnetragen, ist.. Ich habe mich noch niemals gebrochen können. Ich habe mich noch bezogen. Vielen Dank.